... Sprechverbindung hergestellt worden. Der Echo Satellit ist ein großer Ballon mit einem ganz erheblichen Durchmesser und der ist natürlich nicht als Ganzes in das Weltall, also aufgepumpt, das Weltall geschickt worden. Es gibt ein sehr schönes Filmdokument, in dem man sehen kann, wie dieser Echo Satellit im Weltall aufgepumpt worden ist. Sie sehen hier in der Größe der Ingenieure zunächst einmal die Größe des Ballons selbst und da sehen wir jetzt, wie er im Weltall langsam aufgeblasen wird und Sie sehen auch die metallisch schimmernde Oberfläche, die man ja braucht, um die Funkstrahlen wie bei einem Radarschirm zu reflektieren. Der Echo 2 Satellit, der zweite dieser Art, ist übrigens heute noch im Weltall und wegen seiner großen Reflexionsfähigkeit ist er der mit Abstand hellste Satellit. Ich habe ihn in den letzten Jahren eigentlich fast an jeder klaren Nacht beobachten können. Wenn Sie, meine Damen und Herren, einmal draußen sind, weg von den Lichtern der Stadt an einem klaren Abend, halten Sie mal nach ihm ausschauen. Sie werden ihn sehen, er gehört zu den hellsten Stirnen des Nachthimmels und es ist der einzige Stern, der im Westen aufgeht und im Osten untergeht. Inzwischen sind natürlich dann die Nachrichten des Satelliten noch weiterentwickelt worden. Der nächste Typ trägt den Namen Relay. Dieser Satellit ist bereits imstande, drei getrennte Fernsehprogramme mit Bild und Ton zu übertragen. Und dann die neueste Entwicklung, das ist der Sympcom-Nachrichtensatellit, der in einer besonderen Bahn die Erde umkreist. Ich habe hier ein Modell der Erde und des Sympcom-Nachrichtensatelliten. Ich glaube, Sie erinnern sich vielleicht, Wir haben vor einiger Zeit in einer der Folgen das schon einmal gezeigt. Wir sehen hier die Erde, die ja für ihre Rotation 24 Stunden benötigt. Und dieser Satellit bewegt sich in einer solchen Entfernung um die Erde, dass seine Umlaufzeit ebenfalls genau 24 Stunden beträgt. Das heißt also, dieser Satellit bleibt immer über der gleichen Stelle der Erde gleichermaßen verankert. Und zwar hier, in diesem Falle, über dem Atlantischen Ozean. Da er außerdem so weit entfernt ist von der Erde, überschaut er fast eine Halbknole. Es ist also eine geradezu ideale Position für einen solchen Nachrichtensatellit, da er laufend und immer zu jeder Stunde für die Übertragung von Kontinent zu Kontinent verfügbar ist. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein Bild zeigen, wie der Sympcom-Satellit im Weltall aussieht. Sie kennen ihn. Es ist eigentlich schon uns allen bekannt geworden, denn die Bilder von der Olympiade in Tokio wurden 1964 durch diesen Nachrichtensatelliten sowohl nach Amerika als auch nach Europa übertragen. Ich möchte mich jetzt einmal selbst mit dem Mann auf der Straße identifizieren, den wir vorhin zitiert haben, der da sagte, was habe ich davon. Ich besitze nämlich einen Gegenstand, einen täglichen Gebrauchsgegenstand, der der Weltraumtechnologie seine Entstehung verdankt. Und zwar ist es diese Armbanduhr. Es ist eigentlich seit Robert Hähnlein die Unruhe erfunden hat, die erste echte Fortentwicklung des Uhrenprinzips. Diese Uhr funktioniert nämlich mit einer Stimmgabel. Wir wollen sie einmal ganz nah ansehen mit dieser Fernsehkamera hier, damit Sie sich schön groß sehen können. Man kann nämlich auch hineinblicken. Da sehen Sie diese Stimmgabel hier unten. Das sind die beiden Zinken. Und hier oben sind zwei kleine Spulen, die mit einem magnetischen Feld die Stimmgabel immer zu anregen. Die schwingt 360 Mal in der Sekunde. Und die Bewegungen werden dann auf das Uhrwerk übertragen. Achten Sie einmal darauf, wie der Sekundenzeiger völlig gleichmäßig läuft. Eine Uhr mit einer Unruhe hat nämlich eine Sekundenzeigerbewegung. Sie springt fünf Mal in der Sekunde, während das völlig gleichmäßig läuft. Diese Uhr übrigens, meine Damen und Herren, tickt nicht. Sie summt. Man kann dieses Summen der Stimmgabel sehr schön hören. Das ist aber ein sehr hübscher Ton. Die 360 Hertz. Ich habe ja ein Mikrofon, das vorläufig noch zu ist. Und ich will dann mal die Uhr daran halten. Denn ich kann da nicht sprechen. Es würde sonst stören. Achtung! Musik 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 Ich glaube, Sie haben ganz deutlich diesen Summaton gehört. Jetzt, das Mikrofon ist wieder geschlossen. Ich kann jetzt wieder sprechen. Diese Uhr übrigens ist außerordentlich genau. Ich habe sie das letzte Mal gestellt, als ich vor einigen Monaten von Amerika zurückkam. Da musste ich das tun, um die Zeitzone zu verstellen. Sonst aber geht diese Uhr in etwa eine Minute, in einem halben Jahr nach davor. Das ist also sehr genau und natürlich auch ein wirklich sehr schönes Spielzeug. Nun, meine Damen und Herren, wir sprachen zuvor von dem Syncom-Satellit, der hier, wie wir im Modell gesehen haben, die Erde alle 24 Stunden einmal umkreist. Man hat nun einen weiteren Satelliten in Planung, der ebenfalls in dieser Synchronbahn die Erde umkreisen soll und dabei immer eine halbe, also die eine Hemisphäre, die halbe Erde dauernd im Blickfeld hat. Diese Satelliten nennt man die ATS-Satelliten. ATS, das sind die Anfangsbuchstaben der drei Worte. Advanced Technology Satellite. Das heißt, Satelliten für fortgeschrittene Technologie. Wir waren kürzlich bei der Firma, der US Aircraft Company, die auch den Surveyor gebaut hat. Das heißt, dieser Instrumententräger hat auf dem Monde weich landet. Wir haben das in einer der vorangegangenen Folgen ja näher gesehen.